Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Das ist Link, ich bin die Suna, wir befinden uns in der Drillhöhle. Mensch, richtig Action hier. Das wird lustig, oder auch nicht? Ich lasse mich nicht einfrieren, Leute, ich lasse mich nicht einfrieren. So. So, das heißt, wir sind da angekommen, wo es Gegner aus den Bergruinen gibt. Hoppala, der war ungeplant. Versuchen wir es nochmal. Und yay! Ja, sag mal, warum treffe ich denn nicht? Oh. Nein, Quatsch, das war doch richtig. Ich wollte nur, ich habe die falsche Taste gedrückt. Hallo, ihr Lieben! Noch mehr? Hier kann man buddeln. Aber ich glaube, kann man Herzen ausbuddeln? Ich weiß es nicht. Fakt ist, hier kann ich buddeln. Ja! Drei Herzen. Und wieder voll. Sehr schön. Na, das ging doch super. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, geschafft. War es das? Könnte sein. Aber ich glaube, das hätte ich auch mit einer Würbelattacke hingekriegt. Okay. Was haben wir hier? Die Viecher. Hallo, meine Freunde. Wie viele Echsen? Oh, fuck. So viele. Nein! Oh. Walsche Taste. Okay. Einer weniger. Ja. Oder neben. Na? Äh. Das liegt nur an den Bomben, dass ich so wenige habe. Zack. Und. Zack. Der letzte. So. Geht doch. Oh, ich bin schon wieder voll mit den Rubinen. Das gibt es doch nicht. Ich muss das mal schaffen, irgendwo Geld auszugeben. Yo! Du Armleuchter. Oh, der war gut. Ach, das gibt es doch nicht. Sag mal. Na, warte. Der trifft mich immer noch, der Sack. Arschgeige. Ehrlich mal. Das ist doch schon wieder einer, der mit Pfeilen. noch einer. Das gibt es doch nicht. Komm her, du Arsch. Mann. Kann ich hier wieder buddeln irgendwo? Wäre ich echt dankbar drüber. Wohl nicht. Na gut. Ich nehme auch mal wieder was anderes da drauf. Aber ich habe ja noch was, um mich zu heilen. Äh. Die Fiecher. Den komme ich doch auch mit Bombenpfeilen ganz gut bei. Habe ich ihn? Habe ihn. Na, wo seid ihr denn, meine Freunde? Ja gut, Freunde will ich euch eigentlich nicht nennen. Ach, na gut. Oh, das waren beide auf einen Schlag? Na, das nenne ich mal sparsam. Ew. Ew. Äh. Was nehme ich denn? Wir haben noch 43 Pfeile. Ich glaube, die kille ich so. Ach, quatsch. Yay. Drecksspinnen! Scheiß Köppe! So, das war's. Hui! Ist ja anstrengend. Aber wir sind doch schon relativ tief. Hallo, meine Lieben. Geht ihr da wieder woanders hin? Okay, den hätte ich auch. Und, jawohl! Hat natürlich so gut funktioniert, ne? Na nun, meine Güte! Fangstoß dauert mir hier echt zu lange. Und bietet freien Rücken. Komm nur her! So. Beim Fangstoß lasse ich etwas zu sehr die Deckung fallen. Hier könnte ich nochmal gucken. Vielleicht kann ich buddeln. Kann ich buddeln in der Mitte irgendwo? Kann ich irgendwo buddeln? Gibt's hier Herzen? Gibt kein Herzen. Gut, keine Herzen. So, was haben wir? Kann ich die Skelette gleich beseitigen? Oh. Weitere Tasse. Kann ich die Skelette gleich beseitigen? Wenn ich treffe? Nein, kann ich nicht. Oh, fuck. Alle, tschüss! Okay. Ah, das war's doch. Oder auch nicht. Warum hat das gerade so geruckelt? Warum hat der da gerade hingeguckt? Das ist eine berechtigte Frage, aber irgendwie. Oh, okay. Das ging doch relativ easy. So, ich hab jetzt noch sechs. Und eine Bomben-Tasche ist leer. Von. Drei. Oh, schön. Fehlenquelle. Yes, Mann. Haben wir hier wieder einen Stempel drin? Das ist jetzt die dritte. Hey, Midna. Fröhlich. Midna kann fröhlich sein. So. Ich würde ja sagen, wir gehen zwischendurch mal raus. Aber ist halt scheiße, weil, ähm, ja, dann müssen wir den ganzen Weg wieder runter. Wenn, würde ich es gar nicht schon in einem Durchlauf schaffen. Gucken wir mal. Ich bin mal eindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Fäden in der Quelle von Eldin freilassen. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du leblose Statuen beherrschen kannst. Wenn du noch nicht bereit bist, die Herausforderung anzunehmen und mehr Vorbereitungen brauchst, bringe ich dich zurück nach oben. Zeitschreien. Ich glaube, zwei Teile kommen noch. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Okay. Was haben wir hier? Eww. Eww. Na, der war ja mal fail. Na, komm. Gut. Mit Anlauf, bitte. Zack. Oder auch nicht. Okay. Okay. Nicht ganz verkehrt. Na, komm. Sehr schön. Jetzt kann ich den entschärfen, ne? Nein! Pfeil vergeudet. Geht doch. So. Komm her. Zack. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Oh, da sind wieder Schnecken. Kann ich die nicht einfach energiesparend mit dem Ding da runter holen? Okay, mehr geht nicht. Die lösche ich nur. Naja, gut. Oder ich hole sie runter, wenn ich unten bin. Wow, hier geht's aber ab, ey. So geht's auch. Ach komm schon, scheiß Fledermaus, Mann. Okay, hab ich jetzt mal ein bisschen Ruhe hier? Nein. Pfeffer. Okay, da haben wir noch eine Schnecke. Das war jetzt echt ein bisschen viel hier, ne? Oh, da ist noch eine. Oh, da sind noch zwei. War's das jetzt? Ja, das war's. Rubine kann man hier drin aber auch eigentlich relativ gut sammeln. Oh, f*** dich doch. 29 Pfeiler. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Ach, komm. Treff ich? Nö. Treff ich? Kamera drehen. Ach, scheiße. Na gut. Okay, gut. Den hätten wir. Das wäre dann die zweite hier in der Drillhöhle. Habe ich den getroffen? Ne, da hinten ist er. Könnte ein bisschen weit weg sein. Oh, geh hoch. Bitte. Bitte. Weg da. Habe ich hier wieder Herzen? Oh, bitte lass mich hier Herzen haben. Ich kann hier wieder nirgends buddeln. Ach so. Kack. Gut. Das ist wahrscheinlich auf... Naja, gut Glück würde ich nicht sagen, aber das ist wahrscheinlich verteilter. Oh, scheiße. Entschuldigt die Ruhe. Ich bin hochkonzentriert. Muss man ja irgendwo auch sein. Oh, da kann ich buddeln. Kann man sich das vielleicht so merken, dass da wo Schleim ist, man eventuell Herzen bekommt? Oh, eins. Oh ja, besser als nix. Hier ist doch noch irgendwo was da. So, gucken. Kann man hier irgendwo noch mehr? Nein. Schade. Oh, ich höre auch die Tür. Die geht auf. Na gut. So, hier machen wir einen kurzen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Trilad Princess HD. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.